Ich könnte eine Gauss mitnehmen. Ja, weiß ich nicht, ob der Gauss hier, hallo übrigens, sinnvoll ist. Äh, wepp, 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 da. Gut. Ah, ich bin als erster rein, okay. Ja, das bist du. Mal schauen. Oh, nee, andersrum. Macht mehr Sinn. Oder wollen wir doch mal den ACP noch rauspacken? Könnten wir auch, ja. Wir sind bei derselben Meter jetzt auf der unteren Seite, sag ich mal. Ja. Ich pack den einfach mal ein. Die Feuerleitung tauscht sich aber auch aus, weil den werden wir im Leben nicht brauchen. Ähm, naja, also so wie ich das, äh, dahinten geplant hatte. Wir haben nur 15 Türme. Es rendiert sich nicht viel, Upgrade-Türme zu machen. Eben. Perfekt. Gut. Allerhöchstens zwei Amps vielleicht noch. Könnt man sich überlegen. Stimmt. Sehr gut, die Amps, die Amps haben wir ja noch, hm? Und ich weiß echt nicht, ob ich die galvanische Handkannung dabei halten soll. Ich kann echt nicht einschützen, ob die cool ist oder nicht. Tja. Ähm, Minen. Minen haben wir beide dabei. Oder hast du deine weggelegt? Ne, ich hab meinen noch, nur müssen wir gucken, wo wir den hinpacken. Klar. So. Ja, doch hier in der Ecke. Da passt sonst nix hin. Aber das wird wahrscheinlich noch entfernt werden. Wo, das hier? Ne. Doch. Das passt doch so schon. Nö. Es müsste noch eins weiter zum Eingang ran. Ach, was soll's. Passt schon so. So wie's ich vorher hatte. Ich glaub ich hat's eins weiter. Ja. Ja. Da hier so. Ja. Das wird auf jeden Fall gebraucht. Das... Was? What are you doing? Einen Eckenboden. Siehst du doch. Und wie hast du das da gehabt? Äh, er hatte das ein bisschen anders, weil... Endeförmig. So. Ach, mach einfach mal selber. Ja, lass ihn das lieber selber machen. Ich hab hier keine Türme, die ich euch geben könnte, also passt es. Jo. Turmbasen. Na warte mal, wie hatte ich das? Das ist jetzt die Frage. Ich glaub schon so. Dann... Am Ende hattest du's doch aber, dass wir mit der Gange noch eins breit war. Was hattest du? Hm. Das ist... das ist schwierig, ja. Ah, nee. Nee, nee, nee. Stimmt schon. Ich weiß nicht, du's hattest. Das war woanders dran. Nee, aber das... das brauchen, glaub ich, mehr Türme, ne? Ich weiß aber wieder, wie du's gebaut hast, glaub ich. Ja, ich auch. Gut. Ich hatte das hier hinten so zugemacht. Was? Genau. Hier nochmal eine Auseckung. Nee, auf der anderen Seite eben. Das... du hast das... du baust das grad so, wie du's oben gebaut hast. Ja. Nee, du hast das... du hattest das nicht gemacht. Doch, doch. Und dann da unten... ein L. Ein L. Na dann. Nee, ist da oben aber anders aus. Ich bin ziemlich sicher. Perfekt. Vielleicht lieg ich ja auch falsch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es anders aussah. Ach, nee, den kann man in einem Kern packen eigentlich. Der Einbruchunterschied ist... vernachlässigbar, denk ich mal. Ja. Ja, pack's... am Kern. For the sake of convenience. Doors. Was? Nichts. Dann kommt der, ähm... Knappspender einfach hier in die Ecke. Gleich näher an den Anfang der Eingang. Ja. Das Einfachste. Ich spende neben ein bisschen Schnaps. Was? Ja, genau. Mehrere. Die Animation ist auch witzig. Ha? Ja. Die ist gut gemacht. Ja, die... die Schnappfalle schnappt zu und dann macht's diese Roboter wieder auf. Ja. Türme. Ja, Türme. Das war ne Aufforderung mir zu sagen, was ich passieren darf oder kann oder soll. Äh, ja, lass mal schauen. Du kennst mich. Kanon-Türme. Ich... ich bin nur Raketen-Turm-Fokus und mittlerweile ACP. Ja, was wir rausgefunden haben, kommen unten nachher Zombies raus. Das heißt, ein Fokus auf zwei wäre schon ganz gut. Ähm... Ja, so. Ja, genau. Den kriegen wir noch nicht mehr abgeraddet in dieser Runde. Naja. Sparda. Was? Später. Ah, ja. So, die Schnappfallen. Für die Leute, die man auf Deutsch verstehen. Die Schnappfallen. Schnappern nicht so viel. So. Die auf den Kampfläufern. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Das ist effektiv bei schnellen gegen... Okay, was soll's. Who cares? Stimmt, ja. Effektiv bei schnellen. Ja, ist recht. Ja, es ist gut. Eine gute Anmerkung, die du da gemacht hast. Aber immer doch. Nein, das ist... Und die Anmerkung in Person. Was? Du sprichst Worte. Das tue ich. Ist dir's dir aufgefallen? Ja. Okay, dann. Let's go. Sie sind hier. Achso, da unten wollte ich hin, ja. Oder soll ich euch für den Kampfläufern helfen? Ja, ich denke, das geht. Ich schwere jemand jetzt erstmal ein bisschen. Kampfläufer kann man auch gleich noch machen. Die sind ziemlich schnell down, glaubt man gar nicht. Ja, vielen Dank, toller Kämpfer, der mich einfach von der Plattform stößt. Mhm. Also Kampfläufer sind im Kamp. Und noch irgendwas. Na ja, die... Kämpfer hier. Ich besser das mal. Oh. Ach, Prügelknabe habe ich ständig. Okay, deswegen habe ich so viel XP. Ja, warum? Wie viele gibt es? Fünf. Ja, ich krieg meistens zwei oder drei, die alle in plus fünf gehen. Okay. Ich krieg meistens irgendwelche Sachen in plus zwei geben oder so. Ich hab in dieser Form gar nichts gekriegt, glaub ich. Aber die Seite hattest du auch anders gebaut. Ja, ansonsten eben immer... Obwohl doch nicht. Doch, hm? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mit der flinke Finger am harmlosesten, äh, am tödlichsten, sowas. Das erklärt zwar aber trotzdem nicht. Und ich bin stuck. Hey, are you hurt? Nein, du bist tot. Pssss. Äh, Türme! Ja, Moment. Vielleicht noch ein Fokus? Auf der anderen Seite oder auf derselben Seite noch mal? Auf die obere? Wegen den Schwamm? Das klingt gar nicht so schlecht. Äh, pssss. Einfach neben den Kanonenturm, oder? Ja, auch. Also vielleicht drunter? Innen? Oder drüber? Wir können auch drum versetzen. Das ist eigentlich egal. Eben. Ah, reicht nicht. Äh, so ist besser. Held der Nation. Was? Wo? Was? Wo? Ja, nun. Ja, Suikun. Ach ja, richtig. Wer sonst? Weiß ich nicht. So. Wer macht's? Nein, noch nicht. Ja. Wer macht Fleischhilde? Wer macht was? Mach doch mal die Fleischhilde. Wer macht die Fleischhilde? Sei die Fleischhilde. Achso. Äh, Fleischhilde mit Schwamm oder Fleischhilde mit Zombie? Ach, die Schwämme braucht keine Fleischhilde. Ja. Die Schwämme kann man gar nicht Fleischhilde. Die Schwämme sucken. Ahaha. Ja. Brauchen wir immer noch 100 Punkte. Äh, die kannst du in das Dingsbums reinpacken in die Gatling? Schrechstrich hat Markus noch 100 Punkte. Oder irgendwas in der Richtung. Nee, ich hab nichts mehr. Ich bin leer. Ist leer. Okay. Ausgesaugt. In der Seele? Boah. Okay, ready. Schön. Geht's wo? Kommst du? Ja. Die haben aber auch ne Wurfkraft wie ich ja. War auch gut. Ich schneide jetzt. Ich schneide. Siehst du? Das ist ein einzelner Zombie der hier vorne schon ist. Ich halte die andere Seite lang ein bisschen auf, ne? Ist gut. Boah, ich bin doch nicht stark. Kommt rein. Vielleicht den ersten jetzt immer. Und ich habe jetzt den einen schon hingelegt. Die Sonne hört's. Schönes Chaos Du stehst nicht wieder auf Zeitlimit Jetzt hab ich flinke Finger bekommen Ich auch Ich hab nicht zugeguckt was ich gekriegt hab Ich glaub ich hab nix gekriegt wie immer Perfekt Ich beginne der Meinung zu sagen man kann gar nichts kriegen Nein Doch Fail Ich pack ja mal Feuerstone Oder geht ein Turm hin Warum Fail? Weil er mich AAR gesagt hat Oh Zu spät Ich mach wieder Zombies Bevor er aussieht Die Schwebe haben wir letztes Mal recht gut weggekriegt Ja Du bist einfach die beste Fleischwilde Ich bin die beste Fleischwilde Ja Die einzig Ware Danke Danke Haben wir die Minen eigentlich ausgelegt? Nein Hast du die Minen eigentlich ausgelegt? Ich schätz mal nein Waren schon alle? Anscheinend Wow So unselbstständig hier Und wieder auf die ersten Dann legt mal irgendwer bei euch die Minen aus Sonst die spawnen die noch Und welche hier schon fertig sind Bissensweise werden überschrieben Weil die das ja nicht im nächsten Mal übertragen Ich muss erstmal kurz den Buff auf alle meine Gegner Aufbauen Dann mach ich das halt auch Gut So dann die nächste Runde auch nochmal Oh Ich bin gestorben Boah Aufbauen 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 Aber das hat sich schon mal einiges besser als beim letzten total geschalterten Versuch Mhm Ja Ja Weil wir wissen worauf wir uns einstellen müssen Oh Oh Gott Einen Turm können wir hier vorne gleich noch platzieren Dann könnte ich hier gleich ein ACP draufstellen theoretisch Ich hab meine Minen aufm Kern platziert Das ist bestimmt gut Ja Perfekt Und übrigens schnappen Minen legen neben dem Turm Seht ihr ja Ja ist ja eigentlich ein perfekter Ort dafür Soll ich da ein ACP hinsetzen oder? Äh Keine Werte davor Weil die Reichweite was größer ist Ne warte mal Lass mich mal kurz Ja hier so passt das Ja mach ruhig Ja Wenn ich dann noch eine Basis bekommen könnte wäre das ganz toll Niemals Du brauchst keine Cousine mehr Doch Meine Familie ist so klein Ansonsten 45 Punkte in die ACP Ja gut das riechern Nice Nice Einfach nur weil ne Man wehret den anfängend Nachdem wir die Gatling wieder rein nehmen Warum nicht die hier Eben Zurück zu den Ursprüngen Back to the road Oh Sechs Sechs Schnappen ihn So viele Tja Sind halt wirklich ähm Spezifisch nur auf eine Auf einen Deswegen gibt's da mehr von Springer oder Die Hüpfer Ja gehen wir wieder auf die Hüpfer war am ehesten ne Dann kommt unsere Fleischhilde wieder ran Äh Ja meinte die Läufer kriegen die alleine weg Also ne ich sie kriege das aber Na ich mein äh Für die Läufer Wohin sollen die Die Minen Die Minen kommen immer vor den Kern Die Schnapper Ne die Schnappminen die kommen Vor die schnelleren Gegner Das heißt in dem Fall Die Hüpfer Ja die Hüpfer Aber die Frage ist Hüpfen die da irgendwann durch Ja an irgendeinem Punkt Müssten sie wenn sie direkt vom Kern liegen Ja aber das ist zu spät Macht keinen Sinn weil die auch Zeit Schaden machen Also nicht Nicht Kern sondern Ausgang So mein ich das Ich leg da jetzt einfach mal überall 2 hin Dekadent So Passt Erstmal auf Hüpfer war Äh wir beide schon ja aber dafür geh ich erstmal wieder auf meinen erhöhten Punkt hier Wie jeder von uns Ja wie ihr beide Hm Ja Ach recht Pfff Äh ich hab noch Kohle Achso ja dann Dann gibts die mal schneller aus ne Über Da hinten ist noch was Ja der Genau So Das war ich hier auch Fast Ah Let's go I'm ready Ich geh auf den zweiten Okay 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 Oh Das war äh Fehlkommunikation Warum Weiß das Weil wir neun Raketen oder so Auf Einen geschossen haben Ja Keine Hüpfer Das war keine Kommunikation Who cares Ich glaub wir haben alle Hüpfer oder? Ja Förtens alle Was wurde da Nice Ich hab Trophäenjäger und Meisterschütze bekommen Das waren einmal 10 und einmal 15 BP Boah Trophäenjäger? Oh ja du bist ganz groß die umgebracht Oh Ja Jut Das allererste Mal sich Trophäenjäger hatte deswegen Denk ich zumindest Was das bedeutet Nebenbei Kann man die Seite hier drüben nicht noch irgendwie Effizienter gestalten Sieht mit diesen schrägen Wegen so unglaublich ineffizient aus Äh Oben oder unten? Oben Ja ich bin die ganze Zeit schon um hier zu liegen Mach's halt so wie ich Aber wo so wie ich Am? Äh Ja wohin? Oder im Blitzturm vielleicht? Oder hast du... Da vorne ist einer? Hier im Blitzturm Hier Eben So lass mal schauen So lass mal schauen Ja mit der Gelegenheit kannst du den Fokus auch gleich mal noch hier vorne packen Dann brauch ich jeder Punkte Äh Wo bist du da? Reicht das? Äh Noch einen zweiten Fokus also? Äh ne nicht wo wir sagen Äh Doch ja genau Nein ich den... den abbauen So rum Genau Okay dann kommt der da weg So Und hier irgendwo wo es passt Du siehst du? Irgendwärts zu mir Also kann ich hier an die Arcade platzieren? Da hab ich das? Wohin? Jo Ganz ruhig Ganz ruhig Ähm Müssen wir halt mal gucken wie wir mit der Amp dann gleich hinkommen Wann hier passt Und dann hier hin Hier Amp Eben Um mindestens den Bereich so ein bisschen zu verstärken mit den drei Türmen hier bis jetzt Jo Jo So So Jetzt sollten wir die drübere Seite noch ein Stück weit verstärken oder nicht? Aber die drübere Seite hält sich eigentlich grad ziemlich gut ne? Läuft ja Ähm Wegen den Dekadenz Raketenturm Gerne doch Ähm Punkt genug hab ich ja Ich leg aber erstmal die Schnappminen hier aus Nach meinem Weitere Nehmen die die hier liegen erstmal wieder weg an den Ecken weil da wird es keine mehr lang gehen Okay En Da Da Da